einen wunderschönen guten tag und willkommen zurück zu einer neuen folge heute machen wir hier weiter wir haben in der letzten folge diese 200 insassen geschafft und ich habe schon gesagt würde ja schon gerne ein paar weniger massenzellen haben da würde ich dann auch tatsächlich einfach mal mit euch anfangen und zwar würde ich einfach hier einmal den weg kurz erneuern oder verlängern mal und zwar böden gehweg weiter auch hier würde ich noch ein paar wege machen haben wir nämlich die ganze zeit ein bisschen wissen dass ein bisschen schicker aussieht bei uns und hier würde ich dann hier haben wir ja gesagt die würden wir dann hierhin machen als nächstes das könnte man eigentlich jetzt mal kopieren und darüber und dann würde ich die tatsächlich einfach direkt hier an die band setzen die sind jetzt blockiert einer klick da gibt sie gucken ob das funktioniert das machen da mal ein paar einzeln so und dann dass wir das da auch noch okay dann machen wir auch direkt den weg böden heute bin ich ein bisschen längsamer langsamer als sonst böden das haben wir auch heißt also wir haben jetzt hier eine ganze apparatur von einzelzellen machen natürlich direkt den strom fertig dann gucken wir nach dem wasser der wasser das wasser kann auch schon mal darüber dann kommt hier noch die pipeline hinzu glaube aber wird die funktionieren deswegen machen wir hier noch mal eine pipeline hinzu werden einfach noch hier in etwa nach oben und nach unten so genau die nächste quest bedeutet nämlich oder die nächste ist block e das sind 500 das heißt für uns fehlen hier noch 300 insassen aber wie gesagt wir versuchen jetzt erstmal da das massengezeugster weg zu bekommen also das ist jetzt heute unser hauptziel die prügel sich hier wieder alle ich weiß noch nicht warum schuld gut wir gehen ein paar boxen trainieren was mir immer noch ein bisschen wundert ist das training also ein von beiden ich kann ja ich habe hier irgendwas übersehen bis dato ich weiß es nicht weil wir können hier tatsächlich nirgends wo irgendwie sagen dass die trainieren sollen oder sonst irgendwo in der küche arbeitet gar keiner alles klar okay wie sieht es denn hier eigentlich aus wir suchen eigentlich immer noch betten ne also aber wenn ich mir das hier ansehe wird dann wohl auch nichts also werden weiterhin nur hier wie heißt es nur ein schilder genau nur ein schilder gepresst so das das ding würde ich dann tatsächlich auch jetzt gerne noch mal umbauen und zwar würde ich das ich bin am überlegen ob wir hier ein großes hin machen sollten so oder hier ein längliches wobei wir können ja mal gucken was haben wir aktuell noch nicht gebaut wir haben den laden noch nicht wir haben die leichehalle noch nicht also leiche und laden würde tatsächlich besser hier hin passen als da also machen wir hier tatsächlich das gebäts gebäts mhm oh mein gebäts aus hin gebäts mhm naja alter schwede was ist denn da los ähm fahren wir mal und zwar einmal dorthin dann machen wir hier in die mitte die türe rein und lassen das einfach mal laufen genau das andere ziel ist ja immer noch hier eigentlich dieses grundstück da oben zu kaufen um ähm ja da ein bisschen für für die freiheit vermeintliche freiheit zu weil die jungs bauen sich dann hier alle hoch und hier stehen dann die geschütztürme und oi 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 hier ist ja richtig was okay ja jo da kommen wohl wieder einige in die einzelhaft ne selbst schuld würde ich mal sagen selbst schuld okay okay wie sieht es eigentlich mit den krankenschwestern und so weiter aus wir haben ich würde nochmal drei ärzte einstellen dass wir fünf ärzte haben sind die eigentlich gerade unsere überbracht ach da jo dann haben wir nämlich noch mal paar ärzte mehr einfach nur also ist es aus sicherheit ich weiß nicht mit ihm ach er muss auch noch in der einzelhaft hier prima das ist gut aber in die einzelhaft mit dir die ist gerade relativ voll tut mir leid du 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 soi dann haben wir hier eigentlich relativ easy da haben wir alles relativ easy hier bekommen die einzelhäfte hin hier das könnten wir eigentlich mal ein bisschen noch erweitern wollte ich glaube ich schon mal vor sieben folgen schon gemacht haben und das werden wir jetzt auch mal tun ein paar neue pressen hier hin noch ein paar ein paar werkbänke hin vielleicht haben wir ja glück und hier kommt doch nochmal jemand auf die idee und macht uns ein paar betten die betten ergeben nämlich relativ gut kohle tatsächlich also das lohnt sich wirklich sieht es mit dem essen aus da gucken wir auch mal ganz kurz ob die das diesmal hinbekommen ähm was ich hier schon mal sehe wir brauchen auf jeden fall nochmal ein paar kühlschränke nämlich nicht so gut wenn das essen da irgendwo rumliegt ne also das ist so eigentlich nicht gewollt außerdem sehe ich gerade weil das gleich es ist dass wir nicht hinterher kommen bei 15 köchen und der ganze spül ist auch noch nicht fertig also eigentlich doppelte kacke also stellen wir nochmal 5 ein ja 5 ein dass wir 20 haben vielleicht läuft es dann ein bisschen besser ausbruch warum ist denn hier die tür offen ähm was geht hier glaube ich äh jungen was ist denn hier passiert jetzt okay das ist halt das ist halt scheiße nein jetzt ist gut okay dass das tor hier offen ist ist halt blöd wirklich blöd ähm auf jeden fall war jetzt gerade ein riesen aufstand hier ähm das ist alles nicht so gut gewesen glaube ich auf jeden fall nicht förderlich das ganze auf jeden fall nicht förderlich das ganze ja was machen wir da jetzt warum ist der hinten auf jeden fall nicht förderlich das ganze ist der plan doch nicht so gut wie er heute ist ich hoffe sollte ich vielleicht einmal weniger sollte ich nur so machen aber ich finde halt freizeit eigentlich nicht so gut die familie das ist das problem weiß nicht warum hier keiner rein kommt ich verstehe es nicht deswegen machen wir es mal anders versuchen wir versuchen das jetzt mal wirklich zu fixen hier das ganze und zwar wir machen jetzt erstmal diesen raum wieder weg dann machen wir da zu und dann versuchen wir mal das irgendwie anders hin und zwar würde ich das vielleicht hier mal hin bauen wollen ähm heißt wir bräuchten einmal einen neuen müll und ex ne nur den wir machen nur mal den müll da weg ähm müll 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 da machen wir nochmal den müll hin so und das hier machen wir mal ganz kurz weg dann ist nämlich keine ahnung warum es jetzt funktioniert auf jeden fall funktioniert es wieso dann würde ich nämlich einmal hier diese ersten besucher irgendwas da einmal dahin platzieren ich möchte nämlich wissen wie viel platz die brauchen ähm besucher ok das würde also ich würde tatsächlich jetzt schon ähm gucken äh es ist noch alles es ist noch alles ruhig außer dass da unten so ein Wassergelegen noch leuchtet weil ich mich da verbaut habe ist glaube ich alles ok so also ich würde das jetzt hier dann hier so hin bauen das sind 1,2 für den Weg 1,2 für das Ding 1,2 1,2 für 1,2,1 dann machen wir hier Räume, Türen, Wände, Taster ich würde hier ne ich lass die von oben rein und zwar eine große Gefängnistür die nachts so rum aufgeht so ok und wir ändern wieder die Regeln übrigens und zwar einmal ähm arbeiten oder eigentlich so dann kommen hier nochmal diese Besucher-Tische rein äh so hier geht ja Besucher-Tische unten, ne oben der Häftling so rum 1,2,3 1,2,3 hier müssen wir da nochmal an der Wand hin heimern mal hier so machen das mal ganz kurz auf die Tür offen lassen so schauen wir mal ok hier strampelt gerade meine Katze quer über die Tastatur also ist gut haben wir aber nix äh so entriegelt dann machen wir hier einmal oben rein und hier machen wir jetzt nochmal die Türe rein für Besucher und zwar da Besuchertüre dann den Raumbesucher so du hast alles was du möchtest brauchst bis auf die Besuchertür ok kannst du kann mal jemand hier diesen Stein da weg ok wir gucken jetzt nochmal 30 Familien warten auf Zugang ich hoffe es funktioniert jetzt das sind zwar dann nur 5 Plätze erstmal aber das muss ja funktionieren hier irgendwie der Blödsinn so mal schauen ob es hier gleich ist so gucken wir kurz nach dem Essen ob das jetzt ein bisschen besser aussieht äh viele Kirche verderben den Brei aber scheinbar sieht das ganz aus würde ich jetzt mal behaupten so ich bin aber überlegen ob wir die 2 mal duschen lassen weil die stehen ja morgens auf sind erstmal schlecht gelaunt wegen wegen Freiheit auch aber ja ich bin ja nichts dafür die Essen haben wir auf jeden Fall genug scheinbar das ist doch gut ok neue Insassen kommen aber Familien immer noch nicht muss ich denn da irgendwas einschalten doch normalerweise nicht doch da sind die für ersten Familien ok wir haben es endlich geschafft ja dann ist jetzt Family Day für dich und für euch anderen auch du darfst aber jetzt auch wieder gehen also gut wir hatten die ersten Familien da ok das funktioniert alles also das bedeutet für mich wir machen jetzt hier unten weiter und zwar wir wollten das ein neues Gebets die neue Kapelle hier unten und zwar da kommt jetzt eine neue Kapelle hin auch ein bisschen größer da wir viele Insassen haben wird dann hier auch mal ein bisschen was mehr gemacht hier kommt noch ein Altar hin hier kommen hier kommen ein Gebet hier hin ein Haufen so hey hey Häftling im Krankenbett lagern gemordet von Häftling hm der hat ja alles für geschluckt der noch in der freien freien Welt hier rumläuft da was ja genau hier machen wir natürlich entriegelt entriegelt nicht verriegelt sorry den Raum machen wir dann zu dann reißen wir hier einmal alles ab so und dann werden wir hier einmal alle Programme neu ansetzen dann weg ok so dann guck mal gucken wir mal geistliche Verhaltenstherapie Therapie wäre halt noch wenn wir das nochmal ein bisschen unter Kontrolle bekommen Verhaltenstherapie braucht was ähm Psychologe ok wir setzen zwei neue Psychologen ein dass wir das mal vielleicht ein bisschen unter Kontrolle bekommen der ist ja schon wieder der ist ja schon wieder land unter in diesen Dingen äh wo ist er denn blind da unten hey warum haben wir denn nur noch eins ach die haben uns einer haben die uns einen ermordet warten wir die hä ne doch wir haben auf jeden fall paar mehr Einführungssicherheit Grundausbildung ja die Grundausbildung ist halt ich will auch so scheiße besucht ne also ich würde gerne da mehr machen aber Gruppentherapie Alkoholika ist nicht möglich ok ähm wir haben ein paar Sachen geändert so was ist denn hier los was habt ihr denn ihr habt mit Problemen ich weiß mir nicht will mit der Familienprobleme ok haben wir denn das Telefone ja ne doch wir haben gar keine Telefone hier alter Schwede das sehe ich ja jetzt erst ach ne da sind doch welche die dann alle so gut besucht oder was hier nochmal welche oder was ist denn los mit euch so wir bauen nochmal davon welche wie sieht es denn jetzt mit Familien aus 34 Familien warten auf auf Besuch 34 äh 35 waren das eben mehr oder weniger ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern wenn ich ehrlich bin ähm ja langzeitgedächtnis oder kurzzeitgedächtnis alles kaputt ok hier wird gespült es kommen sechs neue Häftlinge hm ich bin aber überlegen ob es sonst ganz gut läuft oder unsere Arbeiter haben da unten gerade chillpause ich sehe aber dass hier super viele Materialien sind die werden wir jetzt auch nochmal verkaufen so so sind also Objekte äh Objekte verkaufen so da links wir kriegen boah fast 30.000 das ist super so das bedeutet wir werden dann so das noch abreißen genau das wollten wir noch mir fiel grad nur irgendwas ein ich wollte noch irgendwas machen mir fiel aber nicht mehr ein was ok das wird abgerissen dann haben wir achso den Weg können wir noch machen bevor wir das wieder vergessen geh weg und da liegt noch irgendwas ich weiß mir nicht was wir gucken jetzt gleich ich bin da kein Plan so ok ok die Idee ist natürlich auch gut ein von beiden man hat einen Timer oder einen Switch manuell das könnte man natürlich machen ne das könnte man natürlich machen da 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 hier stehen ja schon einige Tipps drin das ist ja schon relativ interessant ne das ist ja schon interessant ob das die originalen Game Designs sind sieht halt wirklich so aus fast ne das könnte es tatsächlich wirklich sein gut huch was geht denn ok ja ich glaube das war es dann hier ich beende diese Quelle diese Quest diese Folge nun und sage vielen vielen Dank fürs ein und zuschalten wünsche euch jetzt noch einen angenehmen und schönen Tag und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wenn ihr Lust habt bis dahin tschüss